Hallo und herzlich willkommen zum großen Finaltag beim Pfingstturnier in Wiesbaden. Wir sind gerade vor dem Dressurplatz. Hier reitet gerade Isabel Werth die Dressurprüfung des Wochenendes, nämlich den Grand Prix Special. Den hat gestern Dorothee Schneider gewonnen und die reitet auch gleich. Aber jetzt ist gerade Isabel Werth dran und wie Sie sehen, sind hier ganz viele Zuschauer, die die mehrfache Welch- und Olympiasiegerin und auch mehrfache Siegerin im Grand Prix Spezial hier ist. Und die Zuschauer wollen Sie natürlich alle begutachten. Bevor wir uns zu unserem Rundgang durch den Schlosspark Teil 2 starten, möchte ich noch mal aufmerksam machen auf unseren Turnierkurier. Die Zeitung ist kostenlos. Die finden Sie an unserem VRM-Stand und bei den netten Damen, die mit einem ganzen Stapel davon durch den Park laufen. Genießen Sie den Rundgang durch die Weiße Zeltstadt bis hin zum Springparcours. Die ganze Menge applaudiert. Isabel Werth. Ist die Prüfung geritten. Mit Superb. Applaus 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, Isabel Wert hat die Führung übernommen und hier sehen Sie gerade Dorothee Schneider mit First Romance, die sich für ihren Start bereit macht. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.